Jetzt sagen Sie nicht, es ist schön der Dienstag. Ich glaube, es war der legendäre SPD-Parteivorsitzende Willy Brandt, der als erster von einer Mehrheit links von der CDU gesprochen hat. Und Willy Brandt, in dessen Fußstapfen Gabriel, Steinmeier und Steinbrück so gerne nachlaufen und verstecken spielen, hat durchaus Recht behalten. Es gibt sie, die Mehrheit links von der CDU, zumindest in der Bevölkerung. In fast allen wichtigen politischen Fragen gibt es seit Jahren in den Umfragen eine Mehrheit links von der CDU. Nur im Parlament findet sich diese Mehrheit nicht wieder. Es ist die große Leistung der staatstragenden Parteien, dass in unserer real existierenden Demokratie das Volk seine Stimme völlig losgelöst von seinen politischen Ansichten abgibt. Weil aus Erfahrung alle davon ausgehen, dass im Wahlkampf gelogen wird, bis sich die Balken zu den Rädern biegen, unter die wir hinterher alle kommen werden, geht es für die Mehrheit bei einer Wahl nicht mehr um eine politische Entscheidung für oder gegen bestimmte Inhalte, sondern um eine Bauchentscheidung darüber, von wem man sich lieber verarschen lassen will. Und da hat ein Holzkopf wie Steinbrück gegen eine Mutti Merkel keine Chance. Mutti muss auch gar nichts machen. Und das kann sie bekanntlich besonders gut. Der CDU-Wahlkampf besteht nur noch aus wolkigen Wohlfühlparolen, die jeder unterschreiben kann. Wachstum braucht Weitblick oder solide Finanzen sind wichtig. Da hat Mutti doch recht. Es könnte auch heißen, solide Finanzen brauchen Weitblick oder Wachstum ist wichtig. Wie wäre es mit Weitblick ist wichtig und Wachstum braucht solide Finanzen oder solide Finanzen brauchen Wachstum oder Brauchtum wächst solide? Völlig egal. Um Steinbrück zu schlagen reicht auch, gute Schuhe sind wichtig. Die Deutschen haben sich an Angela Merkel gewöhnt, so wie man sich an Zahnfleischbluten gewöhnt. Man weiß, es wird böse enden, aber es tut ja nicht besonders weh. Und weil die SPD weiß, dass keiner im Land Lust auf eine unangenehme Parodontosebehandlung hat, kann sie auch die Kanzlerin nicht angreifen. Mindestlohn und Mietpreisbremse, da ist die Merkel auch für. Sie muss es ja nicht umsetzen, sie muss nur dafür sein. Nein, diese Frau ist genauso wenig zu fassen, wie das, was ihre Regierung so treibt. Sie wird ihr Kanzler am Souverän verteidigen, indem sie die Angreifer ins Leere laufen lässt. Fußballer machen das mit einer Körpertäuschung. Merkel reicht eine Hirntäuschung. Links andenken, rechts vorbei regieren. Bis neulich.